Eine Welt, die Geschaffen will aus dem Ewigbieting versprechen, zwischen dem Licht der Geister und den Flügel der Ikaria. Das ist die Welt von Ante. Das Licht der Ikaria und der And der Geister beides wird so lange nicht schwingt, solange die Sterne am weiten Himmel leuchten. Seit die Menschen die Segel in der Geister entfangen haben, haben sie sich vom vorbestimmten Schicksal befreit und beschrieben die langen Pfad der Revolution. Das Licht der Ikaria und des Geistersteins sind Symbole für den Frieden auf dieser Welt. Das Licht der Ikaria und des Geister. Das Licht der Ikaria und des Geister. Das Licht der Ikaria und des Geister. Der Geisterstein, den ihr habt, müsste eigentlich immer bei einem Ikaria bleiben. Hermann Justin, das klingt doch ziemlich nach dem, was uns in den Mythen von Angelo steht. Finde ich auch. Wenn dem so ist, in welcher Beziehung stellen dann die Mythen zur Angelo-Zivilisation? Äh, Litte, heißt du so? Bitte sag mir. Sind diese Mythen wahr? Bitte, sag es mir, Litte. Sind die Mythen von Angelo wahr? Wer eine Antwort auf eine Frage sucht oder auf viele Fragen, der mache sich auf den Weg gen Allend. Sucht ihr viele Antworten? Ich habe jede Menge Fragen. Wenn ihr viele Antworten sucht, dann brecht auf zu einer langen Reise gen Allend. Immer nach Osten. Auf eurer langen Reise verirrt ihr euch vielleicht manches Mal. Doch das Licht des Geistersteins wird euch stets den Weg weisen, solange ihr den Geisterstein habt. Denn wer den Geisterstein hat, wenn ihr viele Antworten sucht, dann seht gern Allend. Nach Osten. Allend. Soll das heißen? Ich soll übers Meer fahren und nach Allends her gehen, in die neue Welt? Allend. Litte, ist Allend, werde ich dich in der neuen Welt treffen können, Litte. Wenn ich in der neuen Welt gehe, kann ich da die wirkliche Litte und die wirklichen Ikaria treffen? Warte, Litte, und vergesst nicht, das Licht des Geistersteins wird euch nach Allend führen. Und nun geht. Ich bin Litte aus Allend. Ich bin die in Ewigkeit Haarende. Jetzt ist sie weg, Litte. Ah, wir haben ja schon vieles gesehen, aber das war fast, als wäre alles ein Traum gewesen. Äh, wirklich, wie ein Traum. Justin, das Licht dort. Hast du dieses Licht gesehen? W-was ist das? Der Geisterstein? Er leuchtet. Unglaublich. Einfach nur unglaublich, Justin. Es ist wahr. Das stimmt. Das ist ein Geisterstein. Litte und alles, was wir gesehen haben. Das war kein Märchen. Es ist alles Wirklichkeit. Du hast recht, Justin. Ich habe mich entschieden. Ich gehe nach Allend und werde die Ikaria treffen. Ich werde die Angelo-Zivilisation entdecken und alle überraschen. Und dann... Dann... Oh wow. Jedenfalls werde ich nach Allend gehen. Ganz sicher. Ich bin der Einzige, der es fertig bringen kann. Justin, der Abenteurer. Ja, alle werden... Werde ich's zeigen. Okay, dann auf und raus aus den Zodroinen. Und wir versuchen dann in die... In den Hafen nach Lenzia. Oder ja doch, Lenzia zu fahren. Halt! Wer da? Jesus! Wir sind erledigt! Was hat ein Kind? Äh, ja gut. Was hat ein Kind hier zu suchen? Wo kommt ihr her? Lien, sichere den Ausgang. Jawohl, Oberst Molenn. Ich habe viele Fragen an euch beide. Glaubt bloß nicht, dass ihr davon kommt. Was sollen wir tun, Justin? Ich lasse mir was einfallen. Wenn du mich anlügst, dann ist dein Leben in Gefahr. Oberst Molenn, das sind doch nur Kinder. Nur nichts Unüberlegtes. Verstanden. Aber wer mich zum Narren hält? Kind oder hin oder her? Dieser Mann... Meins ernst, Justin? Der hat kein Lächeln in den Augen. Erstens, dein Name. Ähm, 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 ähm... Hören Sie gut zu. Ich bin Alexander. Alexander, sagst du? Tapferer Name. Aber dieses Mädchen hat dich anders genannt. Stimmt's, Justin? Jetzt erwäge deine Antwort genau. Du kannst verstockt bleiben. Dann stirbt dieses Mädchen auch. Opa's Munnen. Unvermeidlich. Dienst ist Dienst. Mein Junge, denk dran. Das Leben dieses Mädchens liegt in deiner Hand. Habt ihr die Tür, die hier hereinführt, geöffnet? Äh... Ich hab die Tür nicht mal angefasst. Jesus! Mach dich bereit. Habe ich gesagt? Junge, du kriegst nur eine Chance. Eine zweite gebe ich dir nicht. Justin, du blutest ja. Der einzige Weg hier rein, führt durch diese Tür. Wenn du hier nicht sterben willst, dann antworte. Anständig auf meine nächste Frage. Was habt ihr in den Tiefen dieser Ruin genau gesehen? Eigenartige Bilder und alte Lichter. Eigenartige Lichter? Geister? Es könne sich um Bilder aus der Frühzeit der Angelo-Zivilisation handeln. Hm. Aha. Es gibt also noch Leute wie euch. Mit Abenteurer-Sinn. Opa's Munnen. Was werden Sie jetzt mit den beiden tun? Sie können doch nicht ernsthaft... Keine Sorge, Olin. Keine Sorge, Sue. Wir beide werden schon fertig mit diesen Kerlen. Aber selbst wenn ihr hier rauskommt, liegt noch eine Falle vor euch. Aus den Södruinen kommt ihr nie. Hehehe. Wie gedenkt ihr also, mir zu entkommen? Oh, Justin... Ähm... Hm. Okay. Und los. Ab ins kalte Wasser, Sue. Los geht's. Okay. So. Was? Dreh dich, dreh dich. Ringsherum. Hä? Komm, los geht's, Sue. Ah, Sommer. So macht man das also. Kommt sofort zurück. Okay, und an diesem Punkt muss ich jetzt wirklich mal einen Cut machen. Ich bin schon wieder viel zu sehr über der Zeit. Also, bis dann und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.